Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, da sind ja meine Freunde, die haben mir eigentlich gesagt, dass wir rausgehen. Na, da wäre ich ja gleich mal hinterher stürm. Hey Leute, da ist euch hier zufrieden. Hey Marki, was geht denn ab? Ja, ich. Alles klar bei euch. Ich wollte dir Bescheid sagen, Alter, sorry. Ey, kein Ding, ich bin hier zufrieden. Ja, mein Handy ist leer, du weißt doch. Wir wollten ihm noch schreiben, ey. Das ist ja ein Netzproblem. Ja, kein Internet mehr. Das tut mir auch voll leid, Mann. Ja, aber wir müssen jetzt auch weiter. Ich muss noch weiter, ich muss nach Hause nehmen. Ja, ich muss essen, Liga. Ja, und ich muss auch noch was machen. Ja, okay. Verstehe ich, ne? Tun wir leid, aber ihr habt euch auf jeden Fall morgen bei dir. Ja, genau, ich bin hier auch. Okay, ich liebe euch. Ich liebe euch, Alter. Aber so richtig. Ja, tschau. Mach's gut, ihr wisst ja, ich bin beschäftigt. Ja, ja, klar. Weg, Alter. Warum nervt der mich? Ja, wo bleibt Enkel Saik? Ja, keine Ahnung, ich ruf ihn einfach mal an. Ja, der wollte doch schon längst kommen, ey. Ich auch nicht. Ja, Bruder. Ja, Bruder, wo bist du? Ja, ich bin schon unterwegs. Hör mal locker. Alles klar, okay. Er sagt, er ist gleich da mal gucken. Ah, okay, werden wir sehen. Genau. Wo bleibt denn der, Alter? Der wollte vor Stunden denn da sein? Alter, ich hab keinen Bock mehr. Ich ruf ihn jetzt wieder. Immer derselbe Scheiß mit dem Typen. Ja, Bruder? Wo bist du, Mann, Alter? Wir warten hier auf den Spielplatz schon die ganze Zeit auf dich. Wie am Spielplatz? Ich bin mir sicher an meiner Ecke, Alter. Ja, also wenn das so ist, dann bin ich erst so in 10, 15 Minuten da. Wir warten am Spielplatz auf dich, Mann. Ey, was soll denn die Kacke? Immer derselbe Scheiß. Was sag er? Er hat schon wieder gesagt, dass wir uns an seiner Ecke treffen. In 15 Minuten wird er hier sein. Er braucht zwei Minuten. Mit Fuß. Zu Fuß, Alter. Was ist denn los mit dem? Ist ja behindert, Alter. Ey, ich hab keinen Bock mehr, Alter. Es wird gleich dunkel schon, Alter. Ey, komm, wir gehen. Ich hab keinen Bock noch. Ich hab keinen Bock auf Frühstück holen. Ey, immer Brüttchen holst du die Familie, ey. Ich kotzt nicht langer Bahn. Digga, das ist doch Marco. Nein, niemals. Oh, der ist wieder voll. Oh nein. Blau wie Papa Schlumpf, Alter. Oh nein, ich glaub nicht. Rote Mütze hat da unten. Digga, wie geht's dir? Ey, Marco, du alte Hütte. Ey, du, wie viel hast du getrunken? Das geht doch nicht so weiter. Oh, mein Lieber. Oh, Digga, Alter, du bist schon wieder. Mann, was machst du denn? Mann, ey, ey, Digga. Guck mal, wie viel du getrunken hast. Oh, Alter, da habt ihr auch noch hingekuckt. Guck dir das an, ey. Marco, Alter, auf dem Spielplatz, dein Ernst? Mann, Jungs, nervt mich mal nicht mal. Ah, ja, den Jungs, ich bin wissen, Alter. Geh nach Hause, Junge. Geh nach Hause, Junge. Ich kenn den nicht mehr. Alter, ich auch noch. Ist nur voll. Gestern, ne? Ich war auf diesem Konzert von Tupac. Von Tupac? Ja, mein Tupac, der Rapper. Tupac. Ja, richtig geil, oder? Und da wurde ich zum VIP-Bereich eingeladen und so. Und danach hat der noch... Konnte ich noch mit dem reden und alles. Ja, mit dem sich unterhalten so. Welche Schwache, ey. Ja, Deutsch, was denn sonst? Deutsch? Ja, na klar. Ist doch logisch, Alter. Ja, ja, wenn du so sagst, ja. Da hat er mir auch noch ein Autogramm gegeben. Nein. Doch, Mann. Richtig geil. Übelst geil, Alter. Ist wie so ein Trophäer jetzt. Und dann, ohne Scheiß, haben die mich danach mit einer echten, weißen Hammer-Limousine nach Hause gefahren. Nee, nee. Doch, Alter. Kannst mir nicht erzählen. Richtig geil, mit so einer echten Limousine. Du warst das gestern. Ja, hast du gesehen, ja? Ja, Alter, ich wollt... Alter, nein. Der Kupak, der mit der Gatsche. Ja, genau, der Rapper. Richtig geil. Alter, krass. Du warst ja auch. Es war so eine krass Party, Alter. Ich war so eine krass Party, Alter. Ich glaube, wo war die Party? Nein, keine Party, Bruder. Habt ihr schon gestern gesagt, ja? Gestern war die Party. Gestern war ja die Party. Heute ist keine Party. Keine Party? Nein, keine Party. Nein. Heute ist Montag. Jeden Tag Party machen. Wo möchte ich dazu bei dir ab? Und was machst du heute noch so? Ich geh jetzt erstmal nach Hause. Das ist immer das Gleiche, oder? Ja, nicht klar. Ja, ja, das ist... Hey, hat deine Mutter beleidigt, Alter. Was ist denn hier los? Warum beleiditst du meine Mutter? Deine Mutter beleidigt, Alter. Fass mich nicht am Hals, Alter. Ja, warum fass mich am Hals los, Alter. Fass dich dann los, Alter. Ich will deine Mutter nicht beleidigt, Mann. Ich glaube, deine Mutter nicht beleidigt. Ich glaube, deine Mutter nicht beleidigt. Ah, okay, Digga. Dennis. Ja, deine Mutter nicht beleidigt. Okay, komm mal. Ey, aber ich glaube, der hat deine Mutter beleidigt. Das ist meine Mutter beleidigt! Was? Sie haben ja deine Mutter beleidigt, Mann! Scheiße, hau ab, Alter, hau ab! Leute, lass mal auf den Skriplot gehen. Ne, ey. Leute, komm mit. Was ist denn los? Es ist schon 21 Uhr und wir dürfen nur bis 20 Uhr da rauf. Mann, du Schisser, Mann, was soll denn schon passieren? Du gehst da noch mal auf den Boden. Immer wieder, Mann. Immer wieder, Mann. Ich kann das langsam nicht mehr, Mann. Was soll denn bitte passieren? Mann, die holen wieder die Polizei. Mann, sollen sie doch... Ja, gefällig da, Junge. Hol auf die Polizei. Ey, ey, ey. Mann, aber das ist doch einfach scheiße, Alter. Mann, was soll denn da schon so großartiges passieren? Mann, ich krieg wieder Fressen und Mutti. Okay, kommen wir das nicht selber hin, okay? Ja, komm, wir machen das. Mann, komm. Du musst die Mutti nicht gleich rummecken, aber ich will auf dem Skriplot gehen. Ja, Mann, die Polizei und so... Mann, was soll denn die denn machen? Ich schick mir das Auto hier rein. Also, wenn jemand fragt, ich war nicht dabei, okay? Ja, ja, das ist okay, das ist okay. Ich weiß nicht, aber wir haben einen schönen Bock in den Zug. Ne, mach die jetzt nicht an. Warum? Ne, man darf nicht auf den Spielplatz rauchen. Hallo? Hier sind kleine Kinder und alles. Was ist denn mal ganz ruhig, Alter? Was ist, wenn das die Polizei sieht? Dicka, was willst du von mir, Alter? Ne, Alter. Sein Ernst, das reicht mir. Jetzt mal wirklich, ja? Darauf habe ich keinen Bock. Das ist mir einfach zu viel, wenn jetzt die Polizei kommt. Hallo? Ciao. Na, Jungs, alles klar bei euch? Nein. Geht so bei jemandem. Man muss. Dicka, ich hab halt übergeiles neues Lied, Alter. Warte mal. Ich muss kurz... Ich hasse Musik! Sie hat Musik gelebt! Alles geht? Ey, Dicka, hallo! Ja, sie hat so eine Abfuhr gehört. Alter, schon wieder? Ey, was ist jetzt denn mit eurem Urlaub? Oh, wir wollten ja nicht Urlaub! Was, warum denn, Alter? Ich versteck's nicht. Was machst du denn jetzt mit den Fotos? Oh, die Fotos! Oh, Dicka, sorry, Alter. Du weißt, bei mir hast du immer... Ich mach sowas. Du weißt, bei mir hast du immer eine Schulter, ja? Oh, sie hat auch eine Schulter! Oh, mein Schalter, Alter, Dicka. Oh, Bruder. Wie hast du, Dicka? Ja. Oh, Dicka. Kann ich auch eine Kippe haben, bitte? Dicka, das ist meine letzte. Ich hab auch keine mehr, Mann. Komm, bitte. Mann, wirklich... Ey, ich hab schon überlange keine mehr geraucht. Ja, ich auch nicht, Alter. Ich hab ja schon seit zwei Tagen keinen Tabak. Mann, ja, hier nimm, Alter. Danke dir, Alter. Alles klar mit dir? Alles klar mit dir? Ja, Mann, Dicka. Über gute Laune, Alter. Ja? Ja, Mann. Boah, Dicka, hast du eine Kippe für mich? Ich hab so Todeslange keine mehr geraucht. Gib mal bitte, bitte. Digga, tut mir leid, aber ich brauch den Tabak noch eine Woche. Der muss doch... Ey, dein Ernst? Ja. Der reicht sonst nicht. Wirklich kann dir keine geben, ja. Mann, ich jedes Mal, Mann. Ich geb dir doch sonst auch immer eine. Gar nicht. Aber... Na klar. Digga, kann ich mal kurz dein Handy haben? Ich muss meine Mutter anrufen. Ich hab kein Guthaben mehr. Mann, Alter. Kriegst du da eine Kippe? Nee, Digga, geht wirklich nicht. Mann, ey, was... Du bist so ein scheiß Freund, Alter. Ja, hier nimm, Alter. Mann. Mann. Ja, hallo. Jo, Nico, alles klar? Kommst raus, Fußball spielen? Nee, Digga. Nee, ich kann grad nicht. Ich mach Schule ganz wichtig. Ich schreib ne Klausur. Nein, ich muss lernen, Mann. Mann, scheiß Messi, ey! Was soll denn das immer Messi, Alter? So ne Kacke, was ruchst du auch an? Mann, ey! Alter, macht der einen Vortrag über Messi, oder warum schreit der so rum? Party, Party! Das war so ne geile Party gestern, Alter. Die Party war so geil, Alter. Wo Party? Ich war so breit, Alter. Das war so ne geile Party, Alter. Du hast bei mir mal ne Schulter, ja? Ich hatte auch eine Schulter, Alter. Gestern, ja? Geil, oder? Und danach, ich war ja VIP-Bereich, dann hab ich mal mit Tupac geredet. Nein! Doch, und dann hat der mir ein Autogramm gegeben, ohne Scheiß, Alter. Welche Sprache? Na, Englisch. Du kannst Englisch? Ja, Englisch. Ja, Englisch.